Heute in Brisant. Sie sind eine tödliche Gefahr auf der Autobahn. Geisterfahrer. Und wer besonders häufig für diese Gefahr verantwortlich ist, das hat jetzt eine neue Studie herausgefunden. Außerdem haben wir unsere Klimax-Rubrik im Programm. Und da heißt es Kichererbsen auf die Felder in Deutschland. Landwirte stellen aufgrund des Klimawandels auf neue Produkte um. Und Promi-Expertin Susanne Klein trifft den exzentrischen US-Rocker Alice Cooper zu einem ganz privaten Interview. Alles bei uns in Brisant. Wir haben heute die Rock-Ikone Alice Cooper für Sie im Interview. Damit willkommen zu Brisant. Ein bewaffneter 16-Jähriger greift einen 8-Jährigen mit einem Messer an. Heute Morgen wurde in einer Grundschule in Bischofswerda in Sachsen der Amok-Alarm ausgelöst. Viele Kinder stehen unter Schock. Die Schule und auch die benachbarte Oberschule wurden komplett geräumt. Und die Polizei hat den Bereich weitgehend abgesperrt. Wenn wir z.B. auf einer Autobahn falsch auffahren, dann kann es dramatische Folgen haben. Plötzlich werden wir selbst zum Geisterfahrer oder zur Geisterfahrerin. Eine absolute Horrorvorstellung. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wer am häufigsten für diese so oft tödlichen Fahrten verantwortlich ist. Es hat alles angefangen mit einem Paar Schuhe. Und heute macht er im Jahr einen Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro. Er ist erst 22 Jahre jung, Stefan Timoschin. Und sein Business hat er sich selbst aufgebaut. Und in Moneymaker, einer neuen ARD-Serie, da geht es um genau Sie, die Jungen und Reichen. Moneymaker, Stefan Timoschin mit Sneakern zum jungen Millionär. Heute Abend um 21.45 Uhr hier bei uns im Ersten. Ja, es hört nicht auf zu brennen. Wälder stehen in Flammen. Wir schauen jetzt nach Griechenland und in die Türkei mit unseren Kurzmeldungen. Heute ist Mittwoch. Zeit also für unsere Rubrik Klimax. Und wir nehmen sie mit raus aufs Land. Zu ihr, zur Kartoffel. Und die leidet unter dem Klimawandel. Ja, doch die Kartoffel ist ja nicht das einzige Sorgenkind in der Landwirtschaft, wenn es darum geht, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Auf Mais ist jetzt auch nicht mehr Verlass. Einige Landwirte haben sich aber schon um Alternativen gekümmert. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, wie Sie Kichererbsen im heimischen Garten anbauen können, das erklären wir auf brisant.de. Das ist ziemlich einfach. Und da finden Sie dann auch die Lieblingskichererbsen. Ja, mit Solarstrom von Äckern könnten in Deutschland drei Atomkraftwerke ersetzt werden. Und diese Art von Solarpaneelen sollen künftig verstärkt im ländlichen Raum errichtet werden. Und damit könnte man Flächen doppelt nutzen. Also für die Landwirtschaft und für die Stromerzeugung über Photovoltaikanlagen. Und diese Doppelnutzung, die nennt sich dann Agri-PV. Er war nicht unbedingt der klassische Liebling der Schwiegermütter. Aber seine Fans haben seine spektakulären Auftritte im Ring geliebt. Der Boxer René Weller ist gestorben. Und wir haben die Rock-Ikone Alice Cooper getroffen. Brisant, prominent. Es war sein letzter Kampf. René Weller, ein klasse Boxer, der mehrfache Deutsche und Europameister. Um ihn wird jetzt getrauert. Auch Ex-Boxerin Regina Halmich erinnert sich an ihn. Mit René haben wir einen großen Sportler verloren. Ein Fighter im Ring wie im Leben. Ein Kerl mit Ecken und Kanten. Und René Weller hatte ja ein Image als Lebemann und als Macho. Und in den letzten Jahren war es wegen seiner Demenzerkrankung ruhiger um die Sportlegende geworden. Und immer an seiner Seite seine Frau Maria. Die Rock-Ikone Alice Cooper denkt noch lange nicht ans Zuruhe setzen. Auch mit seinen 75 Jahren nicht. Er hat gerade erst seine Europatour mit den Hollywood-Vampires beendet. Und da waren Johnny Depp und Joe Perry noch mit dabei. Und jetzt ist er auch wieder allein unterwegs. Und das voller Energie. Ja, sein Lebensmotto ist ja auch. Das beste Konzert, das kommt erst noch. Susanne Kleen hat ihn getroffen. Alice Cooper war übrigens auch ein Freund von dem ikonischen Maler Salvador Dalí. Als Dalí einmal eine Show von dem Rocker gesehen hat, meinte er nur, das ist zu Realismus. Ja, Dalí war auch bekannt für seine fetten Partys und sein sehr exzentrisches Leben. Ja, so durchgeknallt und extravagant seine Werke waren, so war auch Dalís Leben. Und welches wir uns jetzt auch bald im Kino ansehen können. Das Biopic-Drama wurde mit sehr großen Stars besetzt. Fest. Ein alter Song in neuem Gewand ist die Nummer 1 in diesem Sommer. Mädchen auf dem Pferd. Na, vielleicht haben Sie ihn ja auch erkannt. Bibi und Tina-Fans ist das Lied schon seit vielen Jahren ein Begriff. Und jetzt wurde der Hit neu aufgenommen von einem jungen DJ, Luca Dante, Spadafora. Und vielleicht haben wir jetzt alle ein Ohrwurm. So, und da sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Morgen fahren wir auf jeden Fall wieder auf. Zur gewohnten Uhrzeit, 17.15 Uhr. Genießen Sie noch dieses Sommerwetter, soweit es geht. Bis morgen. Ciao.